Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, was Zehnerpotenzen sind und wozu man diese braucht. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, Zehnerpotenzen, also Zehner und Potenzen steckt da drin und eine Zehnerpotenz ist zum Beispiel 10 hoch 3. Also das ist eine Potenz und die Basis hier ist 10, daher ist das eine Zehnerpotenz. 10 hoch 3 wäre 10 mal 10 mal 10. Also 10 mal 10 ist 100 mal 10 ist 1000. So, von den Begriffen her, also die 10 hier, das nennt man die Basis. Die 3 hier oben, die kleiner geschrieben wird, das ist der Exponent. Exponent. Und das was rauskommt, also die 1000, das ist der Potenzwert. So, also das ist eine Zehnerpotenz. Wofür braucht man das? Nun, in der Mathematik können Zahlen ganz klein oder auch ganz groß sein und die möchte man übersichtlicher und anschaulicher darstellen. Und das macht man mit Zehnerpotenzen. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Große Zahlen kann man mit Zehnerpotenzen schreiben. Also nehmen wir mal an, wir haben folgende Zahl. 8, 4, 2, 5, 8, 3. 0, 0, 0. So, jetzt muss ich selbst mal gucken. 842.583.000 Eine, ja, etwas größere Zahl. Die kann man allerdings mit Zehnerpotenzen jetzt auch noch anders schreiben. Und zwar kann man das wie folgt machen. Man nimmt von hinten Stellen weg und schreibt sie in eine Zehnerpotenz. Das hier, das ist ja nichts anderes als 842.583.000 mal 10 hoch 0. 10 hoch 0 ist 1. So, jetzt nehme ich hier eine Stelle weg und erhöhe den Exponenten um 1. Also, 842.583.000 mal 10 hoch 1. 10 hoch 1 ist ja nichts anderes als 10. 10 hoch 0 ist 1. So, und jetzt geht es natürlich weiter. 10 hoch 2 ist dann 100. Daher mache ich das jetzt mal so weiter. So, also 842. 5, 8, 3. Und noch eine 0. Mal 10 hoch 2. Und noch eine 0 weg. Mal 10 hoch 3. Also, die Zahl ist nichts anderes als 842.583 mal 10 hoch 3. So, jetzt haben wir hier keine Nullen mehr. Wir können allerdings jetzt ein Komma einfügen. Und zwar dann hier, hier, hier und so weiter. Und wenn ich jetzt hier 10 hoch 5 machen will, setze ich das Komma noch eins weiter nach links. Also, 842. Also, 842. 5,83 mal 10 hoch 5. So, jetzt kann ich eine große Zahl, also auch etwas kürzer ausdrücken. Und je größer die Zahl, desto mehr Platzersparnis bekomme ich, indem ich so eine Schreibweise hier verwende. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Noch ein anderes Beispiel. 7.452.120. Auch das kann man mit einer 10er Potenz darstellen. Und zwar erst einmal zum Verständnis. Das hier, also diese Zahl, ist ja dasselbe wie mal 10 hoch 0. Zur Erinnerung, 10 hoch 0 ist 1. So, jetzt nehme ich hier die 0 weg und erhöhe dafür den Exponenten um 1. 5,2, 1,2 mal 10 hoch 1. Also, 745.212 mal 10 hoch 1. 10 hoch 1 ist 10. Und jetzt geht es auch gleich weiter wieder mit 10 hoch 2. Das war ja 100. So, das bedeutet, da ich jetzt hier keine 0 mehr habe, muss ich mit dem Komma 1 nach vorne rücken. Also machen wir Komma 2 hier. 7452.1,2 mal 10 hoch 2. Also, 74521,2 mal 10 hoch 2. Oder das Komma noch 1 weiter nach links. So, also das Komma wieder 1 nach links. Dafür den Exponenten um 1 größer machen. Also, 7452120 kann auch so ausgedrückt werden. Und zwar 7452,12 mal 10 hoch 3. So, was soll das Ganze mit dem kleinen Zahlen-Schreiben mit 10er-Potenzen? So, also erst einmal fangen wir mal einfach mit der Zahl 1 an. Die kann man auch als 10er-Potenz ausdrücken, auch wenn das im ersten Moment jetzt noch nicht sinnvoll erscheint. Also, 1 ist nichts anderes wie 10 hoch 0. Ihr kennt das sicherlich aus dem Mathematikunterricht noch. 10 hoch 1 ist dann 10. 10 hoch 2 ist 100 und so weiter. Allerdings gibt es eben auch 10 hoch 0. Das ist 1. Und der Exponent, der kann auch negativ werden. Also, es gibt auch 10 hoch minus 1. So, und das ist nichts anderes als 0,1. Also, 1 Zehntel. So, und dann kann man das Ganze weiterspinnen. 0,01 ist dann 10 hoch minus 2. Das ist jetzt 1 Hundertstel. Und mache ich das weiter. 0,001 ist dann 10 hoch minus 3. Also 1 Tausendstel. Jetzt kann man das Ganze fortsetzen. Also, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5 und so weiter. Und es wird dann hier die Anzahl der Nullen erhöht. Also, bei 0,01 10 hoch minus 2 haben wir eine Null. 2 Nullen ist dann 10 hoch minus 3 und so weiter. So, was bedeutet das jetzt, wenn man kleine Zahlen schreiben möchte? Nun, ich ergänze jetzt einfach nochmal ganz kurz die Liste hier. 0,01 1 Tausendstel здесь. 0,01 00, cioè. Wow. So, ich habe die Liste mal einfach jetzt ergänzt und Nullen geschrieben, hier den Exponenten noch kleiner, also noch tiefer in den negativen Bereich gebracht und jetzt machen wir mal Beispiele damit. Nehmen wir mal an, wir haben die Zahl 0,0005 und wollen diese als 10er Potenz schreiben. So, wir haben 1, 2, 3, Nullen, 1, 2, 3, Nullen, also 10 hoch minus 4 können wir das angeben, 10 hoch minus 4 und hier haben wir jetzt, hier haben wir eine 5 stehen, hier haben wir eine 1 stehen, also das 5-fache, also 5 mal 10 hoch minus 4, so könnte man das Ganze schreiben. Oder wir haben 0,0034 ist gleich, so 34 mal, so wir haben 2 Nullen davor, 2 Nullen davor werden wir hier, also 10 hoch minus 3. Also 0,0034 ist nichts anderes als 34 mal 10 hoch minus 3. Warum? Weil wir haben hier eine 3 stehen und dahinter eine 4, 2 Nullen davor. Nehmen wir noch 0,00000213. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Nullen hinter dem Komma, 1, 2, 3, 4 Nullen hinter dem Komma werden wir hier, also 10 hoch minus 5. 10 hoch minus 5 und, also 1, 2, 3, 4 Nullen, also 1, 2, 3, 4 Nullen, 1, 2, 3, 4 Nullen, ist 10 hoch minus 5. Nehmen wir noch das hier, 0,00000213. Da sind es 1, 2, 3, 4 Nullen hinter dem Komma, 1, 2, 3, 4 Nullen hinter dem Komma, also 10 hoch minus 5. Und das 213 mal, also 213 mal 10 hoch minus 5. Du möchtest das Schreiben von kleinen und großen Zahlen noch ein bisschen üben, also die 10er Potenzen, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen, mach dir einmal selbst, dann wirst du fit in diesem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematik-Hilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.